Daniel hat noch ein Hühnchen mit seinem Fahrer Pizzerupfen. Fährst du dich noch mit Fuß auf Armaturenbrett? Warum? Das möchte ich nicht. Weil du die Füße auf dem Fenster hängen? Ja, bitte. Aber wenn du... Nein! Wenn du... Wie soll man das jetzt sagen? Na gut. Und dann mach auch die Kaffeeflecken weg, das Auto soll gepflegt sein. Was für Kaffeeflecken? Hatte ich letztens bei dir gesehen, du hast geschlabbert. Auf meine neue Lama-Sharma-Decke? Genau.